Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. FIFA und UEFA unterliegen im Superleague-Streit. Der Europäische Gerichtshof hat entschieden, dass die beiden Fußballverbände ihre marktbeherrschende Stellung missbrauchen, wenn sie Vereinen und Spielern die Teilnahme an Konkurrenzwettbewerben verbieten. Anlass für den Rechtsstreit ist die Idee, mehrerer Fußballclubs eine sogenannte Superleague zu gründen. GDL will maximal drei bis fünf Tage streiken. Das sagte der Vorsitzende der Lokführer-Gewerkschaft Weselski der Rheinischen Post. Zuvor hatte er unbefristete Arbeitsniederlegungen ausgeschlossen. Diese wären nach der Urabstimmung unter den Mitgliedern möglich gewesen. Die GDL will vom 8. Januar an wieder zu Streiks aufrufen, wenn es zuvor keine Tarifeinigung gibt. Ukrainer im Ausland sollen rekrutiert werden. Männliche Staatsbürger im Alter von 25 bis 60 Jahren sollen im kommenden Jahr aufgefordert werden, sich in den Rekrutierungszentren zu melden. Das kündigte der neue Verteidigungsminister Umjerov an. Er schloss Strafen für diejenigen nicht aus, die der Aufforderung nicht folgen. UNICEF-Foto des Jahres gekürt. Es zeigt spielende Kinder in der Ukraine vor einem brennenden Öllager. Aufgenommen hat es der polnische Fotograf Patrick Jarasch. Der zweite Preis geht an den deutschen Fotografen Oliver Weiken. Er begleitete ein afghanisches Kind bei der Arbeit in einer Kohlemine. Warnung vor Sturm und Sturmflut. Der Deutsche Wetterdienst rechnet mit orkanartigen Böen durch Tiefsoltan. Auswirkungen gibt es voraussichtlich vor allem an den Küsten, im Bergland und an den Alpen. Die Behörden warnen vor Sturmfluten an der Nordsee und ihren Zuflüssen. Und das Wetter auf dichte Wolken mit zum Teil kräftigem Regen. Am Nachmittag im Norden Übergang zu Schauern und einzelnen Gewittern. Verbreitet auch stürmisch bei Höchstwerten von 5 bis 12 Grad.